Es wird immer wichtiger, sich mit diesem Thema zu befassen. Diese Technologie, die entwickelt sich immer weiter in so einer krassen Geschwindigkeit und die Achtsamkeit und eben solche Arbeit mit den anderen fünf Biohacks, die ich vorher erwähnt habe, die können so wichtig sein, um wieder mehr diese Body-Mind-Connection in dir drin aufrechtzuerhalten. Hey Natural Biohacker, was geht bei dir und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem neuen Jahrzehnt. Es ist das Jahr 2020 und das wird so ein spannendes Jahr und ich möchte dir mit den heutigen Biohacks ein paar Tools mit auf den Weg geben, wie du einen Kickstart für deine Transformation im Jahr 2020 hinlegen kannst und somit zum Superhuman Wurst über dich hinaus wächst, dein Potenzial entdeckst und erwächst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge und die sechs Minuten laufen ab jetzt. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Biohack für deinen Kickstart im Jahr 2020 und das ist Meditation. Meditation ist so ein wichtiges Tool in meinem Alltag geworden, nicht nur um mehr im Moment zu sein, sondern auch um meine Zukunft farbenfroh zu visualisieren und im Endeffekt dann auch zu erreichen, aber auch um einfach mal abzuschalten und mich mehr mit meinen inneren Kräften zu connecten. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, ich werde jetzt Ende Januar in einen Zehn-Tage-Vipassana-Retreat gehen und das heißt zehn Tage schweigen, früh aufstehen, sehr, sehr viel meditieren und die Ruhe in mir drin kultivieren. Und das freue ich mich auch sehr drauf und bin gespannt, was das mit mir macht und werde dann auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge dazu hier hochladen. Wir kommen direkt zum zweiten Biohack und das ist die Arbeit mit deinem eigenen Atem. Breathwork, auch genannt, ist so ein wichtiges Thema und ich bin ja hier im Greenpeace in. Falls du den Podcast mit den zwei Gründern von Husma Breathwork Retreats noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir das jetzt auf jeden Fall. Das ist der letzte Podcast im Jahr 2019 gewesen mit Alex und Martina und da gehen wir auch nochmal so richtig drauf ein, was Breathwork dann überhaupt bedeutet, was das alles mit dir machen kann. Und ich kann dir nur sagen, ich bin da an emotionale Blockaden gekommen, ich konnte viele Sachen auflösen, ich konnte Sachen rausschreien und rausheulen. Es war wirklich sehr, sehr intensiv diese Zeit hier, beziehungsweise ist sehr, sehr intensiv diese Zeit hier. Wir kommen zum dritten Biohack und das ist das Kältetraining. Auch wenn ich es jetzt gerade nicht in meinen Alltag integrieren kann, da ich hier in den Tropen unterwegs bin, jetzt aktuell in Sri Lanka, ist es halt wirklich was, was dir helfen kann, einen Kickstart hinzulegen, nicht nur in deinen Alltag, sondern auch in ganz vielen anderen Sachen, deiner Gesundheit, deinem Mindset, deiner Willensstärke und deinem Mut auch im Leben ins kalte Wasser zu springen. Ja, ganz auf der körperlichen Basis gibt es natürlich ganz viele Benefits, wie zum Beispiel gesteigerte Serotonin-Dopamin-Produktion, auch Testosteron-Produktion und ganz viele andere hormonelle und ja auch Neurotransmitter, die du dort damit triggern kannst. Und vor allem in der Kombination mit Meditation und mit der Atemarbeit ist so das Kältetraining, das I-Tüpfelchen, das Eisbad, das I-Tüpfelchen, um dich ins Hier und Jetzt zu bringen und mit deinem Körper und deinem Geist zu verbinden. Wir kommen zum vierten Biohack und das ist Sound Healing. Das hört man nicht so oft, was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich nutze es jeden Tag, egal ob jetzt in meinen Meditationen, die ich für mich selber anwende, aber auch die Meditationen, die ich auf unseren Retreats anwende oder unseren Coachings und meinen Coachings. Da mache ich ja personifizierte Meditationen und geführte Reisen auch und die sind immer mit binauralen Beats oder auch, ja, wenn ich jetzt live mit den Leuten arbeite, da arbeite ich auch viel mit schamanischen Trommeln zum Beispiel und anderen natürlich klingenden Sounds. Und das ist einfach nochmal, um dich noch tiefer in die jeweilige Erfahrung hineinzubringen und dir wirklich eine schöne Reise auch möglich zu machen durch diese verschiedenen Sounds und Techniken, die es ja heute gibt auch dazu. Nummer fünf, der Natural Movement Biohack. Ich nutze da aktuell gerade eine App, die nennt sich Allo Moves und Allo Moves hilft ja dabei, ja, natürliche Bewegungen wieder richtig gut in deinen Alltag zu integrieren. Und ob das jetzt Yoga ist zum Beispiel, was ich jetzt auch hier wieder angefangen habe in Sri Lanka oder auch Movement Sessions, Handstandtraining oder Arm Balancing Übungen. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen und ich kann dir die App wirklich empfehlen. Ich kriege kein Geld dafür. Ich nutze die einfach gern. Die ist ein bisschen intensiver vom Preis, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich sage mal, es kostet so viel wie damals eine McFit Mitgliedschaft. Und wenn du die Disziplin hast, dann auch jeden Tag diese App zu nutzen, dann wird das für dich nochmal einen Unterschied machen. Ja, und sonst gibt es auch noch andere Natural Movement Techniken, wie zum Beispiel Barfuß laufen, schwimmen gehen, klettern und ja, da finde oder hiken gehen auch. Da finde einfach etwas, was zu dir passt, was du gern machst und kultiviere das in deinem Alltag. Wir kommen zum sechsten und letzten Biohack und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten, die Entgiftung. Und ich spreche hier nicht nur von körperlicher Entgiftung, was auch sehr, sehr wichtig ist, wie zum Beispiel Fasten oder auch durch gewisse Ernährung oder auch eben durch Breathwork und Movement und diese ganzen Geschichten oder Qi Gong zum Beispiel auch, der Arbeit mit dem Qi. Aber was auch ganz wichtig ist, ist die digitale Entgiftung. Ja, und ich freue mich deswegen auch so auf diesen Vipassana Retreat, weil ich dann einfach mal mein Handy auslassen kann für zehn Tage. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe oder den Laptop habe ich dann gar nicht dabei und ich glaube, solche Phasen werden in Zukunft immer wichtiger sein. Es wird immer wichtiger, sich mit diesem Thema zu befassen. Diese Technologie, die entwickelt sich immer weiter in so einer krassen Geschwindigkeit und die Achtsamkeit und eben solche Arbeit mit den anderen fünf Biohacks, die ich vorher erwähnt habe, die können so wichtig sein, um wieder mehr diese Body-Mind-Connection in dir drin aufrecht zu erhalten. Dann gibt es natürlich auch noch so geile Technologien wie den Qi Won, ja, diesen Anhänger von meinem Kumpel Christian Bauer, der wirklich ein Genie ist und das schützt dich auch noch mal vor Elektrosmog, macht kohärentes Wasser in deinem Körper, also wirklich Wasser im Superzustand und solche Technologien, die sind die Zukunft. Das ist Natural Biohacking mit moderner Technologie und das finde ich ein ganz spannender Ansatz. Und das wirst du auch noch mehr im Jahr 2020 von solchen Sachen erfahren. Und das war der sechste Biohack und das waren auch die sechs Minuten. Vielleicht noch kurz zum Abschluss kann ich auch sagen, was erwartet dich eigentlich 2020 hier auf diesem Podcast? Ganz ehrlich, ich weiß es selber nicht. Es ist so eine krasse Reise und ich entdecke jeden Tag wieder neue Tools, Techniken und Menschen, die so interessante Benefits für mich, mein Leben und natürlich auch das Leben meiner Klienten haben. Und ja, zum Content auf diesem Kanal oder auch auf den anderen Social Media Kanälen bist nun du gefragt und du kannst mir dabei helfen, diesen Content zu erstellen und du sollst mir auch dabei helfen, weil mein Ziel ist es für dich, interessante Themen zu beleuchten, die dich weiterbringen, die dich auf das nächste Level bringen und deine Body-Mind-Connection stärken. Und daher ist es ganz wichtig, sag mir, was du brauchst. Ganz einfach. Und dazu habe ich eine Umfrage entwickelt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das dauert wirklich nur fünf bis maximal sieben Minuten. Und in dieser Umfrage möchte ich ein bisschen mehr über dich erfahren, über deine Struggles, aber auch über das, was du gern von mir konsumierst und das, was du dir vielleicht wünschst oder das, was dir nicht so gut gefällt, um einfach noch den Content besser auf dich zuschneiden zu können. Und du kannst natürlich auch was gewinnen, wenn du deine E-Mail hinterlässt. Dann kannst du eine Teilnahme an einem kostenlosen Online-Workshop mit mir gewinnen und natürlich auch noch ein Audiobuch. Der Biohacking Performance Guide ist so aktuell wie nie zuvor und du kriegst ihn direkt auf die Ohren und kannst mit ihm arbeiten. Wenn du bei dieser Umfrage mitmachst, würde ich mich sehr drüber freuen. Nun genieße ich noch hier den wunderschönen Sonnenuntergang. Ich gucke jetzt hier auf Palmen, auf Surfer, auf wunderschöne Wellen und einen wunderschönen Himmel. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die erste Woche dieses neuen Jahrzehnts und in das erste Wochenende natürlich auch. Mach's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.